Hallihallo zusammen und willkommen zu einer neuen Runde in A Black Tale Requiem mit Amicia, Ugo und Sophia, die da, Esmeralda. So, wir haben dieses, ja was soll ich sagen, Haus, Tempel, wir sind diesen Eingang in diesen Berg entdeckt und wollen uns den jetzt mal anschauen. Und deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg dorthin, mal gucken, ob wir nicht wieder irgendwelche Hindernisse dabei haben oder so. Ich kann ja schon fast damit rechnen. So einfach von Anabwe sind wir bisher noch nie gekommen, also. Ratten wiederkommen oder, weil wir sind hier auf einer Insel, vielleicht sind hier keiner, aber wir haben Ugo dabei. Da, wo Ugo ist, sind immer Ratten, ne, also. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Visionen des Kleinen, tja, was kommt als nächstes? Ugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gaën jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow, na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Müssen wir jetzt hier hoch? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich denke mal, ne? Hier war doch hier irgendwer. Ja, da hinten, ne? Das geht bestimmt hier, ne? Ja, hier ist ja auch so eine Treppe. Ich glaube, das ist schon richtig. Aber wer ist denn da unten langgegangen? Das ist natürlich auch mal interessant zu wissen. Irgendeine Sackkasse, wo man dann frustriert, wahrscheinlich dann wieder umdreht. Oh, da ist schon die erste Würde. Aber da gibt es ja noch einen Durchbruch. Wir gehen trotzdem mal erstmal zu der Tür. Das ist er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Wie fertig? Wir fangen doch gerade erst an. Okay, ich komme hier nicht durch. Was ist los? Ja, gehen wir. Ah. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist. Hey, ganz ruhig. Ich will dich nicht tragen müssen. Angst, Hasen. Okay. Good luck. Okay. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lass uns zusammen mächtig und groß sein. Schon süß, wie die mitmacht. Ich weiß noch nicht, warum sie es tut. Ich will ihr Vertrauen, weil sie hat irgendwie so was an sich. Es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Ich will ihr, wie gesagt, Vertrauen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Es gibt eigentlich für sie keinen Grund, uns zu begleiten. Wir haben einen ihrer Kumpels Hintergang gesehen. Ich finde schon, dass sie Arnon Hintergang hat. Auch wenn er ein doppeltes Spiel gespielt hat, fände ich, dass sie ihn hängen gelassen hat. Ganz ehrlich. Er hat ja auch seine Gründe. Und außerdem hat er uns geholfen. Ganz egal, was er mit dem Kleinen abgemacht hat, auch wenn das nicht in Ordnung war. Aber er hat uns trotzdem richtig gut geschützt und den Kleinen mehr als einmal aufgemuntert. Und naja. Sie hat uns dann quasi davor abgefangen und uns noch nicht mal richtig zur Rede gestellt. Mal kurz danach gefragt, das war es auch. Und schließt sich uns an. Ich finde sie super. Wie gesagt, aber ich weiß nicht. Ich bin in dem Spiel schon so oft auf die Schnauze gefallen mit anderen Leuten. Und da muss man halt echt aufpassen. Gebranntes Kind. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Ugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Ugo, dafür ist später noch Zeit. Komm. Na gut. Die große Schwester hat gesprochen. Etwas frisches Wasser hätte mir aber gut getan. Mir auch. Kümmern wir uns zuerst um das Heiligtum. Ja, das ist schon scheiße. Ich hätte sie einfach was trinken lassen sollen, oder? Ich bin einfach weitergegangen. Das war... Ihr könnt immer noch trinken. Jetzt wollt ihr nicht mehr, oder was? Aber seid ihr eigen. Ich hab ja nur gedacht, ich guck mich mal so lange um. Ja, die trinken. Ich wusste ja nicht, dass die, äh... Die Bäume sehen lustig aus. So ist. Welche? Da. Die langen, dünnen. Zypressen. Ja, solche gab es bei uns in der Heimat nicht. Zypressen. Zy-prä-sen. Zypressen. Hm. Eigentlich ist es... Beide Stunden. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amis hier. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Zieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Ah, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt der näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Na super, jetzt geht das wieder los. Das hat mich wieder nicht entdecken lassen, wie sie wollte. Das hier der Ziegenpfad... Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Beide greift uns an. Oh Gott. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt, so ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane, ja. Vielleicht ist sie in dem Haus. Ich kann ja mal gucken, ob ich auch irgendwas herstellen kann. Oh ja, ich kann reichlich herstellen. Aber das brauche ich, glaube ich, meistens. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sicher. Die Ziege geht da rein und schließt die Tür ab. Okay, aber wie komm ich da rein? Ich würde da eigentlich sagen, da, aber die ist dieser verfluchte Olivenbaumsteinweg. Von hier aus komm ich auch nicht ran. Also irgendwie muss es doch gehen. Und hier rum komm ich auch nicht? Was ist das denn? Ich geh hier lang. Das ist halt nicht richtig open world, ne? Es gibt Begrenzungen, wo man lang gehen kann. Aber es muss doch irgendwie einen Weg geben. Also wenn die da reingekommen ist, dann müssen wir es doch auch schaffen. Es wäre schön, wenn du mir nicht immer einen Weg rumlaufen würdest, Pia. Es wäre schön, wenn der Kleine mich mal loslassen würde. Dann wäre ich etwas flexibler vielleicht. Also es muss sie einen Weg geben. Anders geht es nicht. Das machen die doch nicht einfach, um einen so zu ärgern. Ich will die Ziege retten, ey! Vielleicht von oben? Oh, ne. Gott, wie kriegen jetzt diese Ziege da raus? Also ich gebe nicht auf, Leute. Ich lasse euch. Kann ich den in Flammen setzen? Irgendetwas, was ich kaputt machen kann. Achso, ne. Ich habe ja auch das Falsche, glaube ich. Ich kann ja einfach mal hier gegen schlafen. Irgendetwas ist bestimmt machbar hier. Ich wüsste zwar nicht was, aber irgendwas muss machbar sein. Das bringt hier alles nichts, ne? Wie kann man denn so blöd sein und da reinlaufen und nicht mehr rauskommen? Und wieso komme ich nicht irgendwie da rein? Das ist so kacke. Komm hier nicht durch. Ich kann hier nur rum rumgehen. Und dann ist hier Ende. Boah, alle. Hier hätte ich gesagt hoch, weißt du? Aber geht nicht. Blockade. Hier, unsichtbare Wand. Geht nichts weiter. Mensch, Ziege. Okay, da rein. Warum geht denn nichts? Kann ich den Baum in Flammen wieder ziehen vielleicht? Oder vielleicht hier hoch und hier rum? Guck mir das mal an. Was ich mal probieren soll. Na los, gehen wir weiter. Aber Pramontane. Sie fängt jetzt zurück. Keine Sorge. Ziegen sind gute Kletterer. Das Heiligtum ist wichtiger. Nein, ich will die Ziege befreien. Vergiss es. Kann ja nicht sein. Gute Kletterer, schön und gut. Ich will auch was davon haben. Wir kommen hier hoch irgendwo. Irgendwo hoch. Boah, das ist dann scheiße. Wer denkt sich dann so ein Mist aus? So, das ist vielleicht Buggy? Oder bin ich einfach echt zu... Ich google das nachher. Oh, Scheiß. Also ich google das nachher mal nicht. Genau, gehen wir in Deckung die Waffen. Kann ich das Schloss weg? Geht ja auch nicht. So blüht jetzt jetzt unsere Steine. Und wenn ich es explodieren lasse? Das gibt's auch nicht mehr. Soll ich den Bauch anzünden? Yeah, burning. Das geht alles nicht. Also ich verzweifle hier dran, Leute. Ich sag's euch. Die arme Ziege muss wohl zurückbleiben, weil jetzt hab ich echt die Schnauze voll. Nur nicht hier irgendwie den Jungen da reinschicken oder so, ne? Och man. Das sind ja zwei Ziegen, ne? Vielleicht geht's ja hier irgendwie rein. Nee. Jetzt hätten wir mehr auf. Ich guck' ein Stück. Also es ist nicht zu fassen. Wie kann man denn so etwas machen? Wenn ich mal einen Hinweis auf irgendwas, wo man jetzt hier lang kann? Wie gesagt, geh' ich hier runter, nischt. Komm' ich nirgends durch. Zig Möglichkeiten werden mir gezeigt, und an keine komm' ich dran. Ich check's nicht. Komm' ich hier hoch? Nein. Ich dachte für den Ausblick mal. Ich will unbedingt hier hoch. Man kann es ab gar keinen Fall. Es geht einfach gar nicht. Egal von welcher Seite. Ich versuch's. Ich will nicht. Absolut eingeschränkt. Keine Ahnung. Jetzt geb' ich doch auf. Die sind die Ziegen halt da verreckt. Schnauze voll. Was doof ist echt? Danke für die Opfergaben. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Aber die Zeremonie wird bald beginnen. Hm. Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Ja, gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Wir sind besonders vorsichtig. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Arno. Das war zu erwarten. Was haben wir denn hier? Liebstahl. Nein, nur Fremdnutzung. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich kann immer noch nicht genug machen, ne? Immer fehlen mir diese Teile. Ah, ich kann nur eine Armbrust rausmachen. Ringgürtel, okay. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel, ein mögliches Amesia, ein Zettel zum Topf zu tragen. Naja, tut gut. Armbrust. Wird für den Wurfraum der Armbrust ein weiches Material gewillt können, amit hat sich schneller nachladen. Das ist sehr sinnvoll. Das sollte die Sache erleichtern. Mhm. So, das war's auch schon. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr nützlich. Gut, dann an die Arbeit. Nein. Ah, ich hab' ein Werkzeug. Ah! Feine. Dann mal an die Arbeit. So, jetzt hab' ich nämlich wieder das. Das wär' denn der nächste Schritt. Können wir uns jetzt nicht die Bolzen fahren. Das ist auch cool. Aber das kann ich nicht machen. Ich muss halt das hier machen, ne? Den Topf. Nee, muss ich gar nicht. Ich spar' mir das auf. Ich muss das gar nicht machen. Sonst noch irgendwas hilfreiches. Ne, ich muss echt zurück an den Wachen vorbei. Mh, mh. Wir sind alle wieder blind. Ich glaube, wir müssen hier nochmal zurück. Ah, hier war das. Ich will ja keinen töten jetzt, ne? Nur weil wir uns das heilig tun sehen wollen. Ja, das wär sicher. Achso, du brichtest ja dann noch mehr Gewalt und würdest das ja bestätigen. Kletter hoch! Und hepp! Vorsicht, es geht runter! Ja! Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch. Vorsicht, es geht hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow! Dann los! Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja, das ist es, was zählt. Okay, ich würde sagen, erstmal gehalten, oder? Versuch das! Abgeklappt! Sehr gut! Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden! Alles zauber! Alles zauber! Verdammte Uniformen! Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja, nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell! Ich könnte endlich mal die Prozession sehen! Rauch? Wo kommt der her? Viel zu einfach! Ich weiß nicht, ob ich das die Tür schaffe, deswegen verstecke ich mich davon noch hier. Ja? Na gut. Und sie hat ja noch was von unten auf dem Platz. Aber wir machen das noch mal. Aber in die andere Richtung, oder? Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbreiten. Hey! Rauch! Was ist hier los? Los, es funktioniert! Da ist die Tür! Schnell jetzt! Schade, so viele Kisten, die ich hätte gerne kündern wollen. Aber das ist ja echt superschnell. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Was haben wir hier schönes? Ich glaube, ich kann hier immer noch nicht mehr machen, weil ich habe ja jetzt noch keine weiteren Werkzeugteile gefunden. Mal sehen, was sich machen lässt. Wir haben bestimmt halt in den Kisten gewesen. Und das hier wäre die Belohnung gewesen. Aber egal. Also, dass man es dann hier umsetzen kann, meine ich. Hier lang, schätze ich. Oh! Ziemlich hoch! Oh! Wow! Bleibt an der Mauer! Los! Weiter! Mir wird schwindelig! Ah, nein! Ach du Schreck! Boah, ich habe Höhenangst, Leute! Siehst du? Mir wurde gerade echt so ein Moment schlecht. Alles gut! Oh! Genug Kunststückchen, Kleiner! Ich will hier weg! Ja! Gehen wir weiter! Wir sind da! Geschafft! Geht es dir gut, Vigo? Tut mir so leid! Das war zu riskant! Mir geht's besser! Ja! Vielen Dank, Sophia! Kein Problem! Das ist bloß mein schlimmster Alptraum! Wir sollten auf das Laufen! Auf festem Boden! Das war auch mein schlimmster Alptraum! Ohne Scheiße! Also, boah ey! Mir war kurz einen Moment schlecht! Es ist nicht übel, aber mich schlug es kurz auf den Magen! Oh! All diese Blumen! Die müssen für ihre Zeremonie sein! Wie gehen wir da ins hohe Gras? Das ist bestimmt nicht umsonst da! Soldaten! Die Zeremonie müssen sich die Augen offen halten! Sag ich doch! Schwere Rüstung! Anu hat sie ganz schön auf Tram gehalten! Das ist zu viel des Guten für uns! Entdeckt werden ist ohnehin keine Option! Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel! Clea, musst du mir jetzt mal umschauen! Wo will ich hin? Ich höfst du da hinten hoch den Blumen entlang! Das ist ja auch noch so ein Fraggle! Das ist interessant! Wir versuchen es mal! Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie! So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anu dort gewesen ist! Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert! Er war nicht immer so viel zu einfach! Er war zu weit weg! Dann frisst mal wer hilfreich, Sophia! Das brennt schnell! Okay, der ist absolut unbeeindruckt! Er wollte auch nichts! Absolut unbeeindruckt, der Typ! Das ist scheiße! Da muss ich überlegen! Da muss ich vielleicht woanders landen! Kann das sein? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehe! Da habe ich ein bisschen Angst vor! Um mich da hinzutrauen! Aber ich muss jetzt mal auf eine andere Art und Weise! Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein! Nur über den Sohn! Die Mutter! Und den Vater! Vielleicht, weil er zu alt ist! Vielleicht! Waren da noch mehr von Arnos Leuten? Auf dem Hauptweg ist zu viel los! Umgehen wir ihn! Vorsicht! Scheiß Kerle! Vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres! Werden sie nicht! Dafür sorgen wir! Da ist nämlich noch so ein Trello! Wo muss ich da wegnehmen? Das ist am besten! Sophia, dein Trick würde hier helfen! Fangen wir das Licht ein! Oh nein! Oh nein! Den habe ich nicht gesehen! Scheiße! Ja gut! Den habe ich nicht gesehen! Ich habe mir an der Ven und der an der Seite! Oh Gott! Wie komme ich denn da durch? Scheiße! Ich bin jetzt gleich... Wie komme ich da durch? 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 Oh Leute ey! Ich hasse das Haus mal! Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia! Es ist heute etwas Gras zu verbrennen! Oh nein! Was soll der Rauch da? Los! Es funktioniert! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich bin da weg! Ich bin da weg! Ich bin da weg! Das war jetzt nicht blöd! Das ist doch so ein Ungeschick! Was ist denn hier? Ich mein... Nichts zu sehen! Ich gehe mal nach und aus! Ich gehe gleich eh drauf! Ich weiß noch, wo er lang geht! Wir schaffen das! Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt! Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage! Das sehen wir, wenn wir da sind! Oh Gott, hoffentlich kriegt er mich jetzt nicht, wenn er mir so beigeht! Ich kann es nicht strahlen! Cool! Hätte jetzt nicht mehr gerechnet, dass es hier einen Weg gibt! Ich wollte eigentlich nur schnell aus dem Wegfeld raus! Noch mehr! Aha! Hey! Wittchen! Wahrscheinlich da! Also! Am besten! Sophia, benutze dein Prisma bitte! Das bremt schnell! Hä? Durch die Mauer! Rauch? Wo kommt der her? Viel zu einfach! Was ist das? Nein! Da ist niemand! Scheiße! Mist! Man kann ja nicht um die Ecke gucken! Oh nein! Jetzt bin ich wieder hier! Scheiße! Ich will hier nicht sein! Wo ist der Fraggle? Da! Okay, mal im Auge walten, wo der lang geht! Ach so ein Scheiß! Wir schaffen das! Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt! Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage! Das sehen wir, wenn wir da sind! Wie man selber so die Luft anhält, um kein Geräusch zu machen! Noch mehr! Da! Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia! Fangen wir das Licht ein! Dreh! Wozu Hölle kommt der hoch her? Es funktioniert! Ich kann den jetzt nicht wirklich... 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 Scheiße! Was war das? Oh Mann, hey! Hey, das ist doch echt zum Kotzen. So viel Schleichsache. Aber jetzt bin ich wenigstens schon mal hier. Das ist doch schon mal schön. So. Ich muss warten, bis der mir den Rücken zudreht. Ich glaube, das ist das Beste, was es geht. Wenn er das macht, dann schnell da anzünden, den Typen da ablenken und rüber. Denke ich. So, jetzt. Sophia, benutze dein Prisma, bitte. Zeit, das Gras zu verbrennen. Schnell. Rau. Was ist hier so einfach? Gut. Falscher Alarm. Wir bringen uns schon mal nach hier geschafft. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wenn der sich jetzt wieder mit dem Rücken hier hindreht, wäre gut. Sehr gut. Und wenn der gleich auch wieder sich so drüht und da runter geht, ist der überhaupt nicht so. Stimmt. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Ja. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. Da hinten kommt er. Ich hatte jetzt genug Zeit gehabt, aber ich wusste es ja nicht. Ich wusste es ja nicht. Ich könnte ihn jetzt auch mit Gras ablenken, aber es geht immer so schnell. Ich glaube, ich warte lieber, bis er wieder zurückgeht. Das ist mir irgendwie lieber. Ja. So, jetzt hab ich Zeit. Steht hier direkt einer um die Ecke mit. Nein? Doch, da hinten. Ah, da hinten. Okay. Hey, der Grab will keine Soldaten im Heiligtum. Verstanden? Kapiert! Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe. Keine Waffen. Ja. Gut. Das muss ich da hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, das ist so. Mein Gedanke fand ich nicht gerade. Ach, die liebe Zeit, die kommen jetzt an dem vorbei. Hugo, träumst du oft von magischen Vögeln und so? Nein, der ist neu. Es ist aber kein normaler Traum. Er fühlt sich echt an. Dann war es richtig, ihm zu folgen. Das ist alles scheiße. Und der steht auch noch mit dem Kopf zu uns, ne? Nicht mit dem Rücken. Ich sehe das gerade so schlecht, aber ich glaube, der guckt hier in diese Richtung. Kann das sein? Ach, ich ahne es nicht gar nicht. Wie komme ich denn hier aus dem Bein? Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Hä? Wozu Hölle kommt der Rauch her? Los, es funktioniert. Los, die nächsten. Ich schaue das in dem Leben ein. Ne, was ist das? Ja. Nichts. Na gut. Nein, echt? Hä? Boah, das war so scheiße knapp, ne? Oh, der ist echt hart gewappelt. Der Morgenstern. Boah. Boah. Hauptsache, Abdo. Mit dem will ich mich wirklich gut hier anziehen. Also gut, es ist fast so weit. Ich sperre das Tor ab. Das Heiligtum darf nur von den Außerwäten betreten werden. So viel zu unserem Besuch. Kriege die Stimme der Mutter dem Sohn erreichen. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir's. Ich muss da jetzt hin. Ich lasse es. Das. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Oh Gott, da ist der Typ. Dieser Qualm ist doch nicht normal. Wieso sieht der den, aber der nicht? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Da hätten es noch einer mit dem Morgenstern. Ach, du Scheiße. Ich will mich lieber, wenn ich das da hinten anziehen. Ich kann hier aber nicht. Ich will nicht von hier. Vielleicht muss ich näher an die Mauer ran. Nichts zu sehen. Warten wir mal kurz ab. Aber wenn ich, äh, ich muss da hin erst mal wahrscheinlich. Geh weiter. Husch. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir das Licht ein. Echt? Juck den gar nicht. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Sag mal, was ist das für Rauch? Klappt immer. Nachsehen. Ich check's nicht. Wieso krieg ich den denn da nicht ab, oder muss ich vielleicht da hinten das Glas anziehen? Ich weiß nicht mal, dass. Ich hab Angst, dass du mich dann hier sehen. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Viel zu einfach. Der ist echt voll unberührt, der Typ, ne? Den gibt nix. Ist in der Schuhe. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Das ist einfach ein heißer Sommertag. Gras, brennt schnell. Ich hab mich auch viel zu aufmerksam gemacht, ey. Gott. Was ist das so krass, ey? Ja gut, Leute, ich glaube, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen kleinen Halt. und machen später weiter. Ey, ich muss mich jetzt erstmal hier sammeln und überlegen, wie mein nächster Schritt aussieht. Ist ja echt nicht so einfach. Wenn dieser Typ mit dem Morgenstern da rumschleicht und da oben der Nächste ist und der da überhaupt nicht interessiert am brennenden Gras ist. Ich glaube, der würde auf das, wo ich drin stecke, aufmerksam werden. Aber da stecke ich halt drin. Das ist keine Ahnung. Gut, ich überleg mir da was. Und hoffe, dass es euch heute auf jeden Fall gefallen hat und ihr es auch sehr spannend fandet. Ich fand es auf jeden Fall sehr wirfend auf rein. Was mich genervt hat, war das mit dem Ziegen. Leider aussieht. So. Also gebt mir dann gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch zugesagt hat. Und ich freue mich auch über Kommentare. Wenn ihr noch Tipps habt, vielleicht könnt ihr mir ja hier irgendwelche Tipps geben, wie es weitergeht. Und ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen. In dem Sinne, noch einen schönen Tag. Alles Liebe. Euren Herzen. Bye. 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 Vielen Dank.